Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diebdom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, wie du schon in der Überschrift gesehen hast, wirst du heute herausfinden, wie du deine destruktiven, schlechten Gedanken umwandeln kannst, wie du auch wieder rauskommen kannst aus dieser Negativspirale, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du dich schlecht fühlst und ganz viele Gedanken in dir kreisen, vielleicht deswegen auch nicht einschlafen kannst und ja, diesen inneren Viper, dass alles verloren ist, alles ganz scheiße ist und schlecht ist und vielleicht ist es auch, weil du gerade was Schlimmes erlebt hast, weil du einen Streit hattest, eine Krise hast im Moment oder vielleicht ist es einfach so, dass dich alles gerade einfach nur überfordert und richtig, ja, du dich richtig hilflos fühlst und überfordert fühlst und dein Bedürfnistank leer ist und du dich einfach nur, ja, richtig schlecht fühlst. Und der Auslöser oder die Auslöser für solche Situationen können unterschiedlich sein. Entweder ist es so, dass du dich ganz viel mit Nachrichten beschäftigst und ja, diesen Weltschmerz hast und sehr empathisch bist und dich die Geschehnisse in der Welt gerade sehr mitnehmen oder es kann auch sein, dass alte, ja, aus der Vergangenheit, ne, alte Dinger eben wieder in dir aktiviert werden, weil du getriggert wurdest. Vielleicht hast du dann Kindheitserinnerungen, die wieder hochkommen, mit denen du gerade zu kämpfen hast oder du bist gerade in einer Beziehung und es läuft nicht so gut oder vielleicht hast du gerade auch eine Trennung erlebt und du fühlst dich emotional sehr verletzlich und ja, brauchst einfach nur Halt und Hilfe. Und ich möchte dir ja heute sagen, wie du dafür sorgst, dass es dir in solchen Situationen nicht unbedingt besser geht, aber wie du dafür sorgen kannst, dass du dich nicht noch schlechter fühlst. Weil ich habe so eine Situation selbst am Wochenende erlebt, wo es mir nicht gut ging und was ich da erfahren habe, war, dass ich mich eigentlich noch mehr mit meinen Gedanken, also ich habe da eigentlich noch mehr dafür gesorgt, dass es mir noch schlechter ging und dadurch, dass ich mich schon so lange mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftige und auch mit der Bindungskommunikation, dass ich einfach geschafft habe, das zu beobachten. Und dadurch konnte ich erfahren, dass wenn, also als ich mich, ich habe mich aufgrund eines unerfüllten Bedürfnisses nicht gut gefühlt und manchmal ist es ja so, dass Bedürfnisse nicht unmittelbar erfüllt werden können und dann kommen wir in diese Gedankenspirale rein. Und was ich bei mir selbst beobachtet habe, war, dass ich dann ganz viele Gedanken hatte, die dafür gesorgt haben, dass ich mich eben noch schlechter gefühlt habe. Ich hatte dann so Ängste, also es kam ganz viel zusammen, so Angst vor dem, was eben diese Auswirkungen von diesem Krieg sein können und auch die Klimakrise. Und das war, ich habe mich so überfordert gefühlt und hilflos und hoffnungslos und dann sind auch Beziehungsgeschichten sozusagen noch mit reingekommen, die mich auch noch zusätzlich traurig gemacht haben oder überfordert haben. Und irgendwie kam alles zusammen und diese ganzen Gedanken, die ich hatte, haben eben dafür gesorgt, dass ich, ja, dass ich noch nicht noch schlechter gefühlt habe. Und wie gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, diese negativen Gedanken oder Gefühle wegzumachen, weil das ja auch unter Umständen wichtig ist, ja. Also es geht nicht darum, hier dich abzulenken, sondern was ich mit meiner Arbeit ja auch erreichen möchte, ist, dass du so ein Deep Dive machst, ja. Und dass du den Dingen auf den Grund gehst und schaust, was dahinter steckt und auch bestimmte Gewohnheiten veränderst, so dass du in die Selbstwirksamkeit kommst und dass, ja, dass du dich auch immer mehr selbst verstehst und dir auch selbst auf den Grund gehst und, ja, dich selbst einfach so gut kennenlernst, dass du so eine richtige Sicherheit in dir erschaffst. Und deswegen möchte ich dir in dieser Folge zeigen, wie du mit diesen negativen Gedanken umgehen kannst und wie du dich auch da rausholst, wenn du das möchtest und, ja, wie du beobachten kannst, was deine Gedanken bedeuten, was da dahinter steigt. Ja, lass uns einfach mal loslegen. Es geht darum, auch deine Glaubenssätze zu verstehen, ja. Also, indem du dich schlecht fühlst, indem du so negative Gefühle hast, kannst du mal schauen, was da so für Gedanken aufkommen. Bei mir war der Gedanke, ich bin zu viel, ich bin eine Belastung für andere. Und so ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung ist ja was, woran wir wirklich glauben, wovon wir wirklich überzeugt sind, ne. Und durch die Übung mit der Gewalt oder durch die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation habe ich einfach gelernt, solche Sachen zu beobachten. Also, dabei hat mir auch zum Beispiel die Meditation geholfen. Ich war ja schon bei zwei Vipassana-Retreats in Thailand, in so buddhistischen Zentren. Und das ist natürlich eine Übungssache auch, ne. Also, erwarte jetzt bitte nicht, wenn du da gerade damit anfängst, wenn du noch nie was in der Richtung gemacht hast oder beziehungsweise sei gütig mit dir selbst auch in diesem Übungsprozess und in diesem Erfahrungsprozess, ja. Also, wenn das nicht sofort funktioniert, dann, ja, es ist völlig normal und sei da auch gerne gütig mit dir selber. Dennoch kannst du ja bestimmte Gedanken in dir beobachten, ne. Das sind so Gedanken, die du immer wieder denkst, so Glaubenssätze, die du hast. Und Glaubenssätze sind ja Dinge, wovon du überzeugt bist, ja. Und das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, was deine Überzeugungen sind. Solange du wirklich davon überzeugt bist, dass du eine Belastung bist für andere, vielleicht fällt dir das dann gar nicht, also, vielleicht hast du diesen Gedanken gar nicht in dir, ne, sondern das ist einfach komplett Normalität für dich. Muss aber nicht sein. Also, schau ruhig mal, was deine Gedanken sind. Und das können wirklich Hinweise auf Glaubenssätze sein. Das ist so wie die Schwerkraft, ja. Also, wie jeder weiß, dass die Schwerkraft existiert, weil die Erfahrung machst du ja jeden Tag, ja. Dass du nicht rausgehen kannst und auf einmal losfliegst, sondern die Schwerkraft existiert und das ist Fakt, so, ne. Und genauso überzeugt kannst du von deinen Glaubenssätzen sein, weil sie schon so lange dein Leben begleiten. Und wovon du überzeugt bist, das wird auch immer wieder in deiner Realität bestätigt, ja. Also, das Gehirn funktioniert ja so, dass du deine Glaubenssätze bestätigen willst die ganze Zeit, ja. Also, es passiert mehr oder weniger automatisch und daher ist es auch so wichtig, da so ein Bewusstsein drauf zu lenken, was deine Gedanken sind, was deine Glaubenssätze sind, ja. Und das können Sätze sein, die dir deine Eltern gesagt haben oder die du als Kind eben gehört hast oder auch später noch gehört hast. Das können aber auch Sätze sein, die entstanden sind durch Erfahrungen, wie zum Beispiel, wenn du vielleicht weggeschickt wurdest als Kind, immer wenn du wütend warst oder so, dann musstest du vielleicht in den Zimmer als Strafe und dann kann sich der Glaubenssatz entwickelt haben, wenn ich wütend bin, dann bin ich allein, ich bin böse, ich bin eine Belastung für andere. Also, dieser Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin zu viel für andere oder ich bin eine Belastung, ist bei mir entstanden oder könnte auch bei mir entstanden sein, weil ich schon den Eindruck hatte, dass meine Familie nicht wirklich damit umgehen konnte, wenn ich vielleicht starke Gefühle hatte, ja. Und so ein Glaubenssatz kann eben dadurch entstehen, wenn du zum Beispiel, ja, starke Gefühle hast in Form von, du schreist vielleicht, du weinst, ne, als Kind jetzt oder auch als erwachsene Person in Beziehung, so, ne, dann, wenn du dann dafür weggeschickt wirst oder wenn dein Gegenüber das einfach nicht aushalten kann, deine Gefühle, vielleicht wenn du weinst, ach, hör doch jetzt auf zu weinen, ist doch alles gut, ist doch gar nicht so schlimm, dann kann das sein, dass du in dir diese Vermutung entwickelst oder diesen, ja, die Überzeugung entwickelst, wenn ich jetzt Gefühle habe, bin ich zu viel für andere Menschen, weil vielleicht dein Gegenüber so empathisch ist und diesen Schmerz mitfühlt, ja. Vielleicht kannst du dir dazu auch mal die vorletzte Folge anhören, Mitgefühl, also der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid, ja. Also das wäre dann eher so ein Mitleid, wenn dein Gegenüber, ja, mit dir mitleidet und das dann selber nicht in sich regulieren kann und nicht aushalten kann. Ja, genau, also diese Sätze, die dann in deinem Kopf herumschwirren, wenn du dich nicht gut fühlst, sorgen dafür, dass du dich noch schlechter fühlst. Und mir hat es geholfen, diesen Satz einfach mal aufzuschreiben, ja. Und was du machst, ja, was ich dir in dieser heutigen Folge mitgeben möchte, ist, dass du erstmal beobachtest, was in dir selbst vorgeht. Und die zweite Überschrift von der Folge heißt ja, der geheime GFK-Schritt. Und das ist was, was ich in dem Workshop von Marshall Rosenberg gelernt habe. Watch the Jekyll Show, also schau dir mal die Wolfs Show in deinem Kopf an, wenn jetzt eine bestimmte Situation passiert oder du bestimmte Gedanken hast, ja. Also fang nicht direkt an mit den vier Schritten, ja, also versuch da jetzt nicht erstmal zu gucken. Oder du kannst es natürlich machen, ne. Und meine Empfehlung wäre jetzt, schau mal, was du denkst, was deine Gedanken sind, noch als zusätzlichen Schritt. Und das gehört ja schon, das ist sozusagen Schritt 1.1, gehört zur Beobachtung dazu. Und bevor du eben schaust, was so deine Gefühle sind und was deine Bedürfnisse sind und so weiter, bevor du in die Kommunikation gehst, kannst du mal schauen, was du so denkst, was deine Gedanken dazu sind. Und die können richtig hart sein. Es geht wirklich bei dieser Übung dabei, zu akzeptieren und anzunehmen, was los ist. Weil es kann auch sein, dass du ganz viele Sachen verdrängst, weil du dich vielleicht schuldig fühlst. Du denkst, oh nein, das darf ich doch nicht denken. Das geht gar nicht, was ich jetzt gerade für Gedanken habe. Und es können wirklich richtig fiese Gedanken sein. Solange du das nicht umsetzt, ist ja noch nichts passiert, ja. Wichtig ist, schau dir mal an, was in dir vorgeht, ja. Also gib dieser inneren Welt einfach mal eine Chance und beobachte das mal wie so ein Film, der in dir abläuft. Es geht darum, wirklich zu akzeptieren und zu schauen, was in dir vorgeht, ja. Also schau, welche Gedanken du hast und akzeptiere das. Versuch das nicht zu bewerten, ja. Also beobachte auch deine Gedanken wertfrei. Es geht auch beim ersten Schritt oder so, Schritt 1.1 darum, dass du nicht nur die Situation, die passiert ist, beschreibst oder wertfrei beobachtest, ohne Interpretation. Sondern es geht auch darum, dass du einfach mal deine Gedanken wertfrei beobachtest, wenn du dich eben nicht gut fühlst und auch mal deine Selbstgespräche beobachtest. Also wie ist dein Self-Talk? Ist es so, dass du mit dir selber empathisch sprichst oder ist es eher so, dass du vielleicht dich selbst verurteilst, ziemlich fies zu dir bist? Also ich kenne das alles selbst von mir und es ist oft so, dass wir mit uns selbst so reden, wie wir niemals mit irgendwie einer Freundin oder einem besten Freund oder so reden würden. Und gerade in Situationen, wo es dir nicht gut geht, gerade in Situationen, wo du eigentlich Einfühlung bräuchtest, stell dir vor, deine Freundin oder dein Freund oder irgendein Mensch, der dir wichtig ist im Leben, hat gerade eine richtig schwere Zeit und ist total aufgelöst, weint und ist richtig am Boden zerstört. Oder dein Kind. Also stell dir vor, dieser Mensch ist gerade in Not und einfach sehr verletzlich und es geht diesen Menschen richtig schlecht. Würdest du dann solche Sätze sagen wie, ja, aber ganz ehrlich, du hast es irgendwie auch verdient und kannst du dich erinnern, was du letztes Mal gesagt hast? Das war auch richtig asozial von dir. Also würdest du das sagen? Und warum reden wir selber so mit uns? Beobachte auch das einfach mal. Beobachte einfach mal, wie du mit dir selbst sprichst. Und bitte nicht als nächsten Schritt sagen, okay, wie ich mit mir selber rede, ist total falsch und schlecht, sondern es geht hier gerade um das wertfreie Beobachten und einfach mal akzeptieren, was da ist. Ohne das zu verurteilen, ohne das zu bewerten. Und wenn du dich jetzt vielleicht gerade in einer Situation befindest, wo es dir nicht gut geht, dann kannst du das einfach mal aufschreiben. Alle Gedanken, die du hast, schreib dir einfach mal auf. Und es ist alles erlaubt. Alles darf sein. Akzeptiere das und ja, schau dir einfach mal diesen inneren Kampf an, der da in dir stattfindet. Lass den zu und beobachte wirklich einfach mal, was du vielleicht auch über andere Menschen denkst, mit denen du Konflikte hast. Weil ich finde es wichtig, wirklich einfach mal so rauszukotzen, was los ist. Und zwar nicht zu diesem anderen Menschen, was wir ja auch oft genug im Streit machen. Und das wollen wir ja sozusagen in der gewaltfreien Kommunikation, wollen wir ja bei uns bleiben und eben in Verbindung bleiben und so konstruktive Gespräche führen. Und nur der erste Impuls ist oft so, wie so eine kleine Bombe, die hochgeht und so eine Explosion, die darf auch Platz haben, finde ich. Die darf auch sein. Es geht aber nicht darum, dass du sozusagen gleich die Verantwortung abgibst und mit deinem Gegenüber das klärst, beziehungsweise dass du das so rauskotzt, was auch passieren kann. Aber wir wollen jetzt mal schauen, dass wir da bei uns bleiben und einfach mal schauen, was sind deine Gedanken dabei. Und diesen Kampf zu beobachten wie so ein Kinofilm, der da abläuft, ja. Und vielleicht hast du auch eine Situation, vielleicht geht es dir gerade total gut und du hast eine Situation aus der Vergangenheit, wo du einen Streit hattest mit einem Menschen. Und ja, du kannst gerne jede Situation nehmen, die dir jetzt gerade einfällt. Es gibt bestimmte Menschen in deinem Leben, denen du nicht so toll findest oder mit denen du mal Streit hattest oder vielleicht bei einer Trennung oder so. Und dann kannst du mal schauen, was so deine Gedanken sind. Und sind das eher so bestrafende Gedanken, verurteilende Gedanken oder ja, welche Gedanken sind das? Und was du machen darfst jetzt, ist einfach dir das mal anzuschauen, wie so ein Kinofilm, der da vor dir abläuft. Und das einfach zu beobachten. Ja, du bist auch emotional berührt davon. Das ist auch so, wenn du dir einen Film anschaust, dann weißt du, dass es ein Film ist. Du schaust dir das an und trotzdem hast du da bestimmte Gefühle, die ausgelöst werden in dir. Und trotzdem weißt du gleichzeitig, dass es immer noch ein Film ist und dass du nicht gerade mitspielst in diesem Film. Dass es nicht deine Realität ist und so ist es auch in deinem Leben. Ja, also du erlebst bestimmte Situationen und du kannst einfach mal einen Schritt zurückgehen und dir das angucken und das beobachten. Und ja, deine Gedanken genauso beobachten wie diese unterschiedlichen Darsteller in diesem Film. Und du weißt, dass es gerade nicht echt ist, nicht deine Realität ist, sondern du kannst es beobachten, du kannst es zusehen. Du bist gerade nicht Teil dieses Dramas, du bist nicht in diesem Film drin, du beobachtest einfach nur, was da vor sich geht. Und somit gewinnst du einen gewissen Abstand. Also du kannst dir mal anschauen, okay, was ist da jetzt gerade los? In welcher Situation befinde ich mich gerade? In welcher Situation befindet sich diese Schauspielerin gerade? Was erlebt die gerade? Welche Personen sind beteiligt? Und welche Gedanken sind da gerade in deinem inneren Theater? Und dann kannst du das einfach mal alles aufschreiben und sehen, ja, was einfach, wie sie eine Bestandsaufnahme machen. Was sind das für Gedanken? Und vielleicht kannst du dich dann auch fragen, okay, was mache ich jetzt mit den Gedanken? Ist das denn wirklich wahr, was ich da aufschreibe? Wie zum Beispiel, ich bin zu viel, ich bin eine Belastung für andere. Wo gab es vielleicht schon mal Gegenbeweise zu dieser These? Ja, wann habe ich vielleicht schon mal was erlebt, wo ich keine Belastung war für einen anderen Menschen? Oder vielleicht habe ich schon mal Situationen erlebt, wo andere richtig dankbar waren, dass ich einfach nur da bin oder dass ich auch geholfen habe. Also hinterfrage diese Glaubenssätze auch gerne mal. Und ja, mit dieser Übung lernst du auf jeden Fall auch die wertfreie Beobachtung noch ein bisschen zu verfeinern. Und was du danach damit machen kannst, ist, dass du auch gerne die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation dann anwenden kannst. Und zwar, welche Gefühle löst das in mir aus? Und was ist unerfüllt gerade bei mir? Was brauche ich gerade? Was sind meine Wünsche? Ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben, wie du aus so Negativspiralen, destruktiven Gedanken rauskommen kannst. Weil oftmals ist es so, dass du, also es ist ein ganz großes Bedürfnis, es gesehen und gehört zu werden, Empathie und Einfühlung. Und mit dieser Übung, also indem du wertfrei einfach mal schaust und mit so einem offenen Herzen, mit so einer offenen Präsenz schaust, was, wie geht es mir jetzt gerade, was habe ich gerade für Gedanken, was steckt dahinter? Hörst du dir selbst zu? Du gibst dir selbst dieses Geschenk, dich selbst zu akzeptieren und Mitgefühl mit dir selbst zu haben. Und indem du das für dich selbst machst, kannst du das auch für andere. Ja, also akzeptiere, was da ist und watch the Jekyll Show, beobachte deinen inneren Kampf, deine innere Wolfsshow einfach mal als ersten Schritt, bevor du weiter gehst und bevor du tiefer gehst. Und wenn du noch mehr wissen möchtest zum Thema gewaltfreie Kommunikation, bedürfnisorientierte Elternschaft, lade ich dich ganz herzlich ein, dir mal meinen Blog anzuschauen auf meiner Website www.ivonnegeorge.de slash blog. Und da findest du schon mal so den Einstieg der gewaltfreien Kommunikation und du kannst ja auch das E-Book für 0 Euro herunterladen. Das ist ein Übungsbuch, wo ich die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation erkläre. Und es ist wie gesagt ein Übungsbuch, also du hast auch zu jedem Schritt Übungen dabei und da findest du auch die Liste der Gefühle und Bedürfnisse. Und das hilft dir auf jeden Fall schon mal, um deine innere Klarheit für dich zu erschaffen. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Klarheit und Erkenntnisse und du kannst auch gerne unter dem passenden Instagram-Post kommentieren, was deine Erfahrungen sind. Und wenn du Unterstützung brauchst, kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, viel Klarheit und Kraft und wertfreie Beobachtung deiner Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram at ivonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.